Einen wunderschönen guten Tag, Sonntag, 10 nach 2. Stardew Valley geht weiter. Ich bin heute wieder, wie üblich, Sonntags ein bisschen neben der Spur. Ja, es geht weiter mit Stardew Valley. Es fühlt sich von Mittwoch zu Sonntag immer an, als wäre ich immer eine Ewigkeit, hätte ich nicht mehr gezockt. Und so geht es mir auch gerade ein bisschen. Ich muss jetzt erst mal schauen, wo wir stehen geblieben waren, aber ich glaube, wir waren im Sommer. Ja, ich mache mir mal die Sound auf dem Ohr ein bisschen leiser. Dann gehen wir mal auf den Hesselhof. Vielen Dank nochmal an Jim Bacon für den frechen Namen. Und ich hole euch auf Vollbild mit dazu. Alles klar. Der zweite Sommertag schon. Okay. Waren wir nicht mehr ganz sicher, ob es noch der erste ist. Dann schauen wir uns das Chaos mal an. Ja, das ist definitiv meine Farm. Und ich hatte, glaube ich, schon festgestellt, dass ich mich vermessen kann. Und eigentlich sollten hier zwei Slots zwei sein, zwischen Straße und dem Beet. Nützt nichts. Und leider habe ich hier auch noch oben den Mais gepflanzt. Das ist eine wiederkehrende Pflanze. Die leider auch noch im Herbst wächst. Das heißt, die lasse ich so lange stehen. Ist ein bisschen ungünstig. Aber lässt sich ja nun mal nicht ändern. Lässt sich ändern, kostet aber. Und das ist ein Luxus, den ich mir gerade nicht leisten möchte. Es ist schon viel zu gießen, ey. Ich weiß, das ist ein Dauerbrenner. Da rege ich mich jedes Mal drüber auf. Aber auch da kann ich mich nur wiederholen. Von nichts kommt nichts. Und je mehr wir jetzt hier am Anfang machen, desto chilliger wird irgendwann das Leben in der Zukunft. Wir können uns mehr leisten, etc. So, sehr schön. Jetzt habe ich kaum noch Energie. Das habe ich so im Inventar. Hier ist allerhand komischer Kram. Fische. Ich glaube, die wollte ich mir auch bewahren für die Mine. Wenn mich nicht alles täuscht. Na, wir gehen erst mal das Kätzchen füttern, das sich schon wieder versteckt hat irgendwo. Mal kurz versuchen, die Nase zu putzen. Kleinen Moment. Ah, dich Idiot. Hab das Menü wieder nicht aufgemacht. Die Zeit tickt weiter. Wertvolle Zeit. Und die Zeit der Pilze ist angebrochen. Ich freue mich. Wer ist der Demetrius oder so? Jetzt gibt es hier jeden Tag auf jeden Fall immer so um die 200 G sind das glaube ich immer. Die gibt es jetzt auf jeden Fall. Kommt logischerweise auch immer drauf an, was für Pilze da drin sind. Oh, die haben richtig viel Energie. Ah, das ist meine Katze. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag. Na, das hatte ich hier glaube ich schon raussortiert, wenn mich nicht alles täuscht. Das auch. Das kann hier mit rein. Ja, die können wir uns an der Mine gleich rein. Für Sommer habe ich schon eine Kiste. Das heißt, das kann ich auch mitnehmen. Das ist Frühling. Das ist Frühling. Das ist Herbst. Für Herbst habe ich noch keine Kiste. Muss ich aber auch nicht. Äh, ja, ne, aber Frühstück war, was heißt, reichhaltig. Meine Freundin hat mir ein unheimlich geiles, ähm, Sandwich gemacht mit einem selbstgebraten, backenen Baguette von gestern. Ähm, und das war so mit Salz, Pfeffer und so schon richtig geil. Und Rucola und Frischkäse und Schinken und so, es war, war der Shit, man. Also, die Versorgung steht auf jeden Fall. Gerade auch durch, durch den, durch das Salz, durch das Salz. Oha, ich merke schon, das hier, das wird heute auf jeden Fall eine sehr verwirrte Session. Ach, den Lehm, genau, deswegen habe ich hier auch nichts gefunden, weil ich den Lehm gerade für das Silo hier hinten, äh, verballert habe. Nee, Kontermische auf keinen Fall, man. Rein kalorientechnisch war das ja schon eine Vollkatastrophe. Und, äh, nee, nee, das, das geht so nicht. Komm, zur Sicherheit nehmen wir uns nochmal hier so ein paar Bären mit. Warum nicht gleich 10? Also, ab geht die Reise. Ach, Junge, dann kannst wir doch jetzt hier nicht schon, ne, in meinem Zustand so früh mit sowas kommen. Es liegt tatsächlich auch noch nichts in der Natur rum. Ah, ich glaube, du stehst auf die Dinger, ne? Ah, gut, dann eben nicht. Ein bisschen Energie dürfte es durchaus noch sein, ja. Schwarzbarsch. Traumhaft. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Und vor allen Dingen, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Oh, die 50 haben wir schon. Die Eiswelt. Ach, ich erinnere mich, ich muss meine Spitzhacke erst aufwerten. Sonst wird das hier eine zu anstrengende Geschichte. Oh, 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 der erste Geist. Ho ab, man. Och, und gleich hier, äh... Ich weiß nicht, ob man das Bosslevel bezeichnen kann. Auf jeden Fall gibt es hier gleich ein wildes Geflatter. Und seltsame Sounds. Au. Ich will eigentlich nur hier so ein bisschen... So ein bisschen Eisen. Danach verschwinde ich auch gleich wieder. Dann kann ich nämlich das Eisen herstellen, was ich brauche, um mein Schwert zu verbessern. Ne, meine Spitzhacke. Wie viele denn noch? Na also. Oh, 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 oh. Er ist on fire, er ist on fire. Oh. Die Feinde gehen echt noch schnell kaputt, so. Kannst nicht knurren, wie mein Kollege sagen würde. Digga, und nur nervig. Ja, ist ja gut jetzt. Komm her. Kohle ist auch immer sehr gerne gesehen. Gerade jetzt, wo ich so viele Barren herstellen muss. Na, wir sind ja jetzt barrierefrei hier durchgekommen. Also das Problem ist, die normalen Steine brauchen jetzt halt auch schon zwei Schläge. Und dafür brauche ich 0, nichts mein Energievorrat. Deswegen, solange es barrierefrei ist, können wir uns hier ja noch durchbewegen und alles mitnehmen. Ja, das war jetzt extrem barrierefrei. Dann habe ich ja jetzt noch Ansporn noch die nächsten drei Levels zu machen. Wenn das jetzt schon so easy war. Was, Mann? Wie zu. Oh Gott, hier ist wieder so viel los, ey. Ja, ihr seid hart am Nerven. Ich glaube, das ist hier gerade mal ein Untergang. Ne, jetzt gehts wieder. So, sollte ich was essen? Ich denke, ja. Oh, das war Verschwendung. Uhrzeit 16.20 Uhr. Ja, ich denke, die Level packen wir schon. Alles mitnehmen, was geht. Hätte ich das mal nicht so laut gesagt, jetzt suche ich wahrscheinlich verzweifelt die Leiter. Oder es kommt gleich noch ein Flatterviech. Das ist halt auch manchmal so, dass wenn, wenn man irgendwie hier, wenn nichts mehr kommt und man nichts mehr findet, kommt irgendwann nach einer Minute oder so, kommt noch eine Fledermaus, die haut man dann und dann taucht die Leiter auf. Oh, schön. Oh, schön. Ihr wollt mich verarschen, halt. Oh. Also, normalerweise würde ich sagen, direkt runterspringen. Aber hier ist gerade so schön viel Ware. Ja, das nächste Level ist sozusagen schon der Checkpoint, also. Das können wir noch mitnehmen. Geil. War da noch einer? Hier vorne habe ich den schon... Ne, da ist er noch. Ding. Stark. Joooo Alter Jackpot Es gibt wahrscheinlich auch ordentlich Punkte auf die Minenarbeit Ja komm, Flattermann, nervt man nicht hier War zu schön Bisschen knuffig sind die Jungs da schon, ne? Das ist doch mein Shit, Alter Sehr schön Ein Diamant So, nun muss ich aber mal hier Kristallfrucht Oh, die muss ich auch bewahren Die muss ich auch bewahren Wenn das mir ein bisschen stinkt Jetzt muss ich das schnell essen Boah, schaffe ich drei Level bis 12 Uhr? Ja gut, dass ich so viel zuerst mitgenommen habe Ah, was mache ich denn hier? Ich habe da noch eine Macht ja sogar noch Platz im Inventar Ja, jetzt nicht Jetzt ist es zu spät Oh Es nervt halt tierisch, dass die Geister immer so weit wegfliegen Und so langsam sind Ist halt schwierig Nebenbei dann auf Auf was anderes zu gehen Auf ein Stück Erz oder so Gefrorene Geode oder so Gefrorene Träne Digga, das kann ich ja nicht liegen lassen Das wäre unverantwortungsvoll Verantwortungslos Ist, glaube ich, das kürzere Wort dafür Oh Jetzt muss ich mich sputen Das ist wieder dieses Spiral-Ding Da hast du immerhin eine ewig lange Strecke Zurückzulegen 22.40 Und eine Leiter habe ich damit dann ja Immer noch nicht gefunden Komm schon, ey Das wäre perfekt Wenn wir jetzt sogar noch die 60 machen könnten Obwohl ich vorhin gesagt habe Ich muss meine Spitzhacke aufhören Komm, gib alles Komm, gib alles Aber ich habe kaum Gold zu verlieren Das ist ganz geil eigentlich So, dann Dann bleibe ich hier, glaube ich So lange, bis ich einpennen Bis das nicht mehr schockt Normalerweise verliert man ja irgendwie Entweder einen Prozentsatz Oder so 1000 Gold Oder so Oder G Komm, ich will noch bis in die Mitte Einmal kurz durch die Durch die Kisten rushen Jawohl Jawohl Oh, nein Ich weiß, es ist dumm, aber Oh, nee Kenners Das findet man viel Das kann man, glaube ich, mal gut wegschmeißen Die haben so schön viel Energie Aber das ist auch Schwachsinn Ja, das kann man auch mal wegschmeißen Hier Harz kriege ich auch genug Trotz Arbeit Das kommt vom Abend Und das läuft Nein, warum haue ich da noch auf die großen rum Ich muss da die Leiter finden Komm schon Oh, fuck Ja Schade Äh Ich weiß jetzt nicht Hoffentlich verliere ich keine Gegenstände Das ist mir bisher eigentlich nur dann passiert Wenn ich keine Gesundheit mehr hatte Wenn mich die Viecher irgendwie so runtergeschlagen haben Na gut Wenigstens etwas Ja gut Die Tageseinnahmen sind dann wahrscheinlich weg Ja, kacke Das war ein bisschen Das war echt ein bisschen dämlich Letzte Nacht gab es eine Herdbeheben Ah, oben Die Therm ist frei Alles noch da Uh, Bleirute 18 bis 27 Nö Das Ding ist definitiv geiler Berberovka Du hast Glück Dass ich dich letzte Nacht gefunden habe Du warst ohnmächtig Und jemand hat deine Taschen durchsucht Ich habe keine Ahnung Wie viel Geld er mitgenommen hat Aber er ist sofort weggerannt Als ich näher kam Pass besser auf Linus Ja, bleib geschmeinig Berberovka Das ist so peinlich Ich habe meine Violetten Glücksshorts verloren Ich sage dir Das Weil ich dir vertrauen kann Wenn du sie findest Bring sie mir unauffällig zurück Ich zahle gut Danke Bürgermeister Lewis Ich weiß sogar schon Wo sie sind Und da muss ich sagen Hat der Entwickler Das hat er schon Schon lustig gemacht Da kommen wir dann aber Später zu Ist echt so Mein Linus ist auch der Typ Der hier irgendwie nachts Die Die Miltonen durchsucht Also neben mir Aber Ja Linus ist schon ein bisschen Strange Ich glaube nicht Dass er mich beklaut Ich schenke ihm Sobald ich kann Immer schön wehren Und so Dann freut er sich immer Drei Kreuze Ne Wenn ich endlich Diese Sprinkler Hier Sprinkler Sprinkler Ich kann es mir nicht merken Sprinkler Gold Weiß ich gar nicht War ich nicht von Gold bei Ah Viel Stück Ey Moment Das sind drei Barren Nein Ist nicht mal einer Welcher Rechnung Sollte das auch aufgehen Ich hab vier Golderz Und hau einfach raus Ey das sind drei Barren Wo ist die Katze schon wieder Irgendwo hier Oh statt der Mine Könnten wir heute Eigentlich mal Ah hier ist doch alles voll Eigentlich mal ins Museum rennen Und den ganzen Kram abgeben Hab dich gefunden Ist das hier überhaupt alles richtig? Ja Das gehört hier alles rein Das 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 hier Die leuchtende Oberfläche Fühlt sie warm an Hm War warm Knüppel Kohle 23 Mal Richtig gut Eisenbarren Aha Geil Ich kann meine Spitzhacke ja auch noch gar nicht erweitern Weil ich das Geld gar nicht habe Ich hab zwar das Material Aber ich hab das Geld gar nicht dafür da Ein grober Schnitzer Ich kann mir jetzt allerdings Mal ein bisschen Holz nehmen Holz Wo bist du da? Nochmal zwei Kisten machen Aber hier ist auch für den Für den Herbst Und Für den Winter Das 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 Oh weiß ist cool Und für den Herbst hatte ich doch auch irgendwas Oh weiß ich nicht mehr Geschwindwachs Es taugt halt nichts Weil 10% Wenn ich zum Beispiel Kartoffeln anpflanze Brauchen die halt 6 Tage So 10% davon 0,6 Tage Oder so Keine Ahnung Ich glaub nicht dass das Spiel so denkt Also das gibt es ja für die Pflanzen eigentlich immer nur ganze Tage So Ja machen wir einen Run Definitiv ins Museum heute Packe ich das hier noch weg Hol eben kurz die Pilze Verkaufe die eben Und dann Nehme ich mir mal alles mit Ist übrigens auch richtig gute Nahrung für die Mine 30 Energie Das passt schon Für Lau Kannst nicht mehr gern